Abschnitt 115 von Anna Karinina von Lev Nikolaevich Tolstoi Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Achter Teil, 14 Lewin starrte vor sich hin und erblickte die Herde. Dann sah er sein Wägelchen mit dem vorgespannten Raben und den Kutscher, der an die Herde heranfuhr und mit dem Hirten ein paar Worte wechselte. Darauf hörte er schon ganz nahe das Geräusch der Räder und das Schnauben des wohlgenährten Pferdes. Aber er war so in seine Gedanken vertieft, dass er überhaupt nicht überlegte, warum der Kutscher zu ihm herangefahren kam. Dies fragte er sich erst, als der Kutscher schon dicht bei ihm war und ihn anrief. Die gnädige Frau schickt mich, ihr Herr Bruder ist angekommen und noch ein Herr. Lewin setzte sich auf den Wagen und ergriff die Zügel. Als wenn er eben aus dem Schlafe erwacht wäre, konnte er lange nicht zur Besinnung kommen. Er betrachtete das kräftige Pferd, das zwischen den Schenkeln und am Halse, wo der Zügel rieb, von weißem Schaum bedeckt war. Er betrachtete den Kutscher Ivan, der neben ihm saß, und es fiel ihm ein, dass er seinen Bruder schon seit einiger Zeit erwartet hatte und dass seine Frau sich wahrscheinlich schon über sein langes Ausbleiben beunruhige, und er versuchte zu erraten, was das wohl für ein Gast sein möge, der mit seinem Bruder zusammen angekommen sei. Sowohl sein Bruder wie auch seine Frau und der unbekannte Gast stellten sich ihm jetzt in anderer Weise dar als vorher. Es schien ihm, als würde jetzt sein Verhältnis zu allen Menschen anders sein. Meinem Bruder werde ich nun nicht mehr so fremd gegenüberstehen wie bisher immer, und Streitigkeiten werden nicht mehr vorkommen. Mit Kitty werde ich mich nie mehr veruneinigen. Gegen den Gast, wer es auch sein mag, werde ich gut und freundlich sein. Auch gegen die Leute, gegen Ivan, es wird jetzt alles ein anderes Wesen haben. Während er mit straffen Zügeln das ungeduldig schnaubende und nach einer schnelleren Gangart verlangende brave Pferd zurückhielt, blickte Lewin nach dem neben ihm sitzenden Ivan hin, der nicht wusste, was er mit seinen nun unbeschäftigten Händen anfangen sollte, und der fortwährend sein sich aufbauschendes Hemd an die Brust drückte und suchte nach einem Anlass, ein Gespräch mit ihm anzuknüpfen. Er wollte sagen, dass Ivan den Deichselriemen nicht hätte so hoch zu ziehen brauchen, aber das hätte wie ein Vorwurf geklungen, und er wünschte doch gerade ein freundschaftliches Gespräch. Etwas anderes aber wollte ihm nicht einfallen. »Bitte halten Sie nach rechts, da ist ein Baumstrunk,« sagte der Kutscher und verbesserte zugreifend Lewins Zügelführung. »Sei so gut nicht anzufassen und mich nicht zu belehren,« erwiderte Lewin, der sich über diese Einmischung des Kutschers nicht wenig ärgerte. »Gerade so wie sonst immer brachte ihn auch jetzt diese Einmischung in Harnisch, und er merkte sofort zu seinem Leidwesen, wie irrig seine Annahme gewesen sei, dass durch seine Seelenstimmung bei der Berührung mit der Außenwelt in seinem Verhalten sofort eine Änderung werde herbeigeführt werden. Als er etwa noch eine Viertelwerst von seinem Hause entfernt war, erblickte er Grigori und Tanja, die ihm entgegengelaufen kamen. »Onkel Konstantin, Mama kommt auch und Großpapa und Sergei Ivanović und noch jemand,« berichteten sie ihm, während sie auf den Wagen kletterten. »Wer ist es denn?« »Kann schrecklich sieht er aus, und er macht immer so mit den Armen,« sagte Tanja, indem sie sich im Wagen aufrichtete und Katawasews Gesten nachahmte. »Ist er alt oder jung?«, fragte lachend Lewin, den Tanjas schauspielerische Leistung an jemand erinnerte. »Nun, wenn es nur kein unangenehmer Mensch ist,« dachte er. Kaum war er um eine Biegung des Weges herumgefahren und hatte die ihm entgegenkommenden erblickt, als er auch schon Katawasews mit seinem Strohhute erkannte und wirklich bewegte der Professor im Gehen seine Arme, gerade so, wie Tanja es nachgemacht hatte. Katawasews sprach mit besonderer Vorliebe über Philosophie, obwohl er seine Kenntnisse auf diesem Gebiet nur anderen Naturforschern verdankte, die sich gleichfalls nie mit Philosophie beschäftigt hatten, und in Moskau hatte Lewin in der letzten Zeit viel mit ihm gesprochen. Und eine derartige Auseinandersetzung, bei der Katawasews offenbar geglaubt hatte, den Sieg davon getragen zu haben, war das erste, woran sich Lewin bei seinem Anblick erinnerte. »Nein«, dachte er, »unter keinen Umständen werde ich künftig wieder mit ihm streiten und meine Gedanken ohne genaue Überlegung vorbringen.« Als Lewin aus dem Wagen gestiegen war und seinen Bruder und Katawasews begrüßt hatte, erkundigte er sich nach seiner Frau. »Sie hat den kleinen Dmitri in den Hain gebracht«, sagte Dolly, mit dem Ausdruck »der Hain« wurde ein einzeln stehendes Wäldchen nicht weit vom Hause bezeichnet. Sie meinte, da wäre es für ihn am besten, denn im Hause ist es gar zu heiß. Lewin hatte seiner Frau immer davon abgeraten, das Kind in den Wald zu bringen, weil er es für gefährlich hielt. So berührte ihn denn diese Nachricht unangenehm. »Sie schleppt ihn immer von einem Ort zum anderen umher«, sagte der Fürst lächelnd. »Ich habe ihr geraten, ihn versuchsweise einmal in den Eiskeller zu tragen.« »Sie wollte dann nach dem Bienengarten gehen. Sie dachte, dass du dort wärst. Wir waren auch gerade auf dem Wege dahin«, sagte Dolly. »Nun, was treibst du denn jetzt?«, fragte Sergej Iwanowitsch, der hinter den anderen ein wenig zurückgeblieben war und nun neben seinem Bruder herging. »Nichts Besonderes. Ich beschäftige mich wie immer mit der Wirtschaft«, antwortete Lewin. »Nun und du? Du bleibst doch hoffentlich längere Zeit hier. Wir haben dich schon lange erwartet.« »Etwa 14 Tage möchte ich bleiben. Ich habe in Moskau sehr viel zu tun.« Bei diesen Worten begegneten sich die Blicke der beiden Brüder und trotz seines steten und gerade jetzt besonders lebhaften Wunsches nach einem freundschaftlichen und namentlich ungezwungenen Verhältnis zu seinem Bruder fühlte Lewin, dass es ihm unbehaglich war, ihn anzusehen. Er schlug die Augen nieder und wusste nicht, was er sagen sollte. Er suchte nach einem Gesprächsstoff, der seinem Bruder angenehm wäre und ihn von den Erörterungen über den serbischen Krieg und die slawische Frage ablenken könnte, auf die er hingedeutet hatte, als er seine vielen Geschäfte in Moskau erwähnte. Endlich begann er, von Sergej Ivanovic's Buch zu reden. »Nun, wie steht es? Sind Besprechungen deines Buches erschienen?« fragte er. Sergej Ivanovic lächelte über die Absichtlichkeit der Frage. »Niemand beschäftigt sich jetzt mit diesem Gegenstand und ich noch weniger als alle anderen«, erwiderte er. »Sehen Sie einmal dahin, Darja Alexandrovna, wir werden Regen bekommen«, fügte er hinzu und zeigte mit dem Schirm nach einigen weißen Wolken, die über den Wipfeln der Espen sichtbar wurden. Und diese Worte genügten, um jenes zwar nicht feindselige, aber doch kühle, wechselseitige Verhältnis zwischen den Brüdern, das Lewin so lebhaft zu vermeiden wünschte, wieder hervorzurufen. Lewin trat zu Katawasov heran. »Das war ein guter Gedanke von Ihnen, uns zu besuchen«, sagte er zu ihm. »Ich hatte es schon lange vor, nun wollen wir aber einmal ordentlich miteinander disputieren. Passen Sie mal auf, haben Sie Spencer gelesen?« »Nein, ich bin damit nicht bis zu Ende gekommen«, antwortete Lewin. »Übrigens bedarf ich seiner jetzt nicht.« »Wieso? Das ist mir interessant zu hören. Weshalb denn nicht?« »Ich bin nämlich zu der endgültigen Überzeugung gelangt, dass ich die Lösung der Fragen, die mich beschäftigten, bei ihm und seinesgleichen doch nicht finden werde.« »Jetzt«, aber auf einmal wurde er auf Katawasovs ruhigen, vergnügten Gesichtsausdruck aufmerksam. Auch um seine eigene gute Stimmung war es ihm leid, die er sich durch dieses Gespräch sicherlich verderben würde. So brach er denn des vorhin gefassten Vorsatzes ein Gedenk ab. »Aber davon wollen wir später sprechen«, fügte er hinzu. »Wenn wir nach dem Bienengarten gehen wollen, müssen wir hier gehen. Diesen Fußweg«, sagte er, zu allen gewendet. Als sie auf dem schmalen Fußpfade zu einer ungemähten Waldwiese gelangt waren, die an der einen Seite dicht mit hellen Stiefmütterchen bedeckt war, zwischen denen vielfach hohe dunkle Büsche von Nieswurz hervorwuchsen, ließ Ljewin seine Gäste in einem dichten, frischen Schatten der jungen Espen auf einer Bank und auf Holzklötzen Platz nehmen, die dort eigens für solche Besucher des Bienengartens angebracht waren, die sich vor den Bienen fürchteten, und ging selbst zur Einfriedung hin, um für die Kinder und die Erwachsenen Brot, Gurken und frischen Honig zu holen. Indem er sich Mühe gab, sich möglichst ruhig und langsam zu bewegen, und nach den immer häufiger an ihm vorbeifliegenden Bienen hinhorchte, gelangte er auf dem Fußwege bis zu dem Blockhause. Dicht am Hausflur verwickelte sich eine Biene in seinem Bart und fing zornig zu summen an, aber er machte sie behutsam los. Nachdem er in den schattigen Flur getreten war, nahm er sein Netz von der Wand, das dort an einem Holzpflock hing, zog es über, steckte die Hände in die Taschen und ging in den eingefriedeten Bienenstand hinein, wo in regelmäßigen Reihen, mit Bast an Pfählen angebunden, mitten auf einem abgemähten Fleck die alten Bienenstöcke standen, die ihm alle wohl bekannt waren und von denen ein jeder seine besondere Geschichte hatte. An den Wänden des geflochtenen Zaunes entlang standen die jungen, erst in diesem Jahre aufgestellten Stöcke. Vor den Fluglöchern der Bienenstöcke flimmerten teils umherschwirrend, teils an einer Stelle sich zusammendrängend, spielende Bienen und Drohnen und zwischen ihnen hindurchflogen, alle in derselben Richtung nach dem Walde hin, zu der blühenden Linde und zurück zu den Stöcken, die Arbeitsbienen, die einen mit Ladung heimkehrend, die anderen ausziehend, um Ladung zu holen. In den Ohren ertönten einem fortwährend eine Menge verschiedenartiger Geräusche, bald von den eifrig eilig vorbeifliegenden Arbeitsbienen, bald von den blasenden, müßigen Drohnen, bald von den aufgeregten Wächterbienen, die ihr Besitztum gegen Feinde zu verteidigen willens waren und sich fertig machten, zu stechen. Auf der anderen Seite des Zaunes schnitzte der alte Bienenwärter an einem Reifen, ohne Lewin zu bemerken. Lewin rief ihn nicht an und blieb in der Mitte des Bienenstandes stehen. Er freute sich über diese Gelegenheit, einen Augenblick allein zu sein, um sich von den Begebnissen der Wirklichkeit wieder zu sammeln, durch die seine gehobene Stimmung bereits wieder so stark herabgedrückt war. Er sagte sich, dass er sich inzwischen bereits über Ivan geärgert, sich gegen seinen Bruder kühl benommen und mit Katawasov in unüberlegter Weise zu reden angefangen hatte. Ist das wirklich nur eine augenblickliche Stimmung gewesen, die ohne eine Spur zu hinterlassen vorübergeht, dachte er. Aber in demselben Augenblick kehrte er auch wieder zu seiner gehobenen Stimmung zurück und wurde sich mit Freude bewusst, dass doch etwas Neues und Wichtiges in seinem Innern vorgegangen war. Die Außenwelt hatte nur für kurze Zeit die seelische Ruhe, die er gefunden hatte, verdeckt, aber diese Ruhe war in seiner Seele unversehrt geblieben. Ebenso wie die ihn jetzt umschwirrenden, ihn bedrohenden und seine Aufmerksamkeit in Anspruch nehmenden Bienen ihn eines Teiles seiner körperlichen Ruhe beraubten und ihn zwangen, sich schmal zu machen, um ihnen auszuweichen. Genauso hatten auch die Sorgen, die ihn von dem Augenblick an umringt hatten, als er in das Wägelchen gestiegen war, seine seelische Freiheit beeinträchtigt. Aber das hatte nur so lange gedauert, wie er mitten unter ihnen war. Wie er trotz der Bienen im vollen Besitz seiner Körperkraft geblieben war, so war auch seine seelische Kraft, deren er sich jetzt von Neuem bewusst wurde, unversehrt. »Weißt du auch, Konstantin, mit wem Sergej Ivanovic bei der Reise hierher in demselben Zuge gefahren ist?« fragte Dolly, nachdem sie Gurken und Honig unter die Kinder verteilt hatte. »Mit Wronski! Er geht nach Serbien!« »Und nicht er allein für seine Person, sondern er führt eine ganze Schwadron auf seine Kosten mit,« fügte Katawasov hinzu. »Das sieht ihm ähnlich,« sagte Ljewin. »Ziehen denn immer noch Freiwillige hin,« fuhr er fort und blickte dabei Sergej Ivanovic an. Sergej Ivanovic nahm ohne zu antworten vorsichtig mit einem Messerrücken aus einer Untertasse, auf der eine weiße Honigscheibe lag, eine noch lebende Biene heraus, die in dem herausgeflossenen Honig kleben geblieben war. »Und ob? Sie hätten nur sehen sollen, was gestern auf dem Bahnhof in Moskau für ein Treiben war,« erwiderte Katawasov und biss geräuschvoll in eine Gurke hinein. »Wie soll man das eigentlich auffassen? Erklären Sie mir doch um des Himmels Willen, Sergej Ivanovic, wohin ziehen denn alle diese Freiwilligen? Mit wem führen Sie Krieg?«, fragte der alte Fürst, offenbar in Fortsetzung eines Gesprächs, das schon vor Levins Anwesenheit angefangen hatte. »Mit den Türken,« erwiderte Sergej Ivanovic mit ruhigem Lächeln. Er hatte nun die vom Honig dunkel gewordene Biene, die hilflos mit den Beinchen umherarbeitete, glücklich befreit und setzte sie mit dem Messer auf ein festes Espenblatt. »Aber wer hat denn den Türken den Krieg erklärt? Etwa Ivan Ivanovic Ragozev und die Gräfin Lydia Ivanovna und Madame Stahl?« »Den Krieg hat ihnen niemand erklärt. Die Leute haben eben Mitleid mit den Leiden ihrer Mitmenschen und möchten ihnen helfen,« antwortete Sergej Ivanovic. »Aber der Fürst spricht nicht nur vom bloßen Helfen,« bemerkte Lewin, der für seinen Schwiegervater eintrat, »sondern vom Krieg führen.« Der Fürst meint, dass Privatpersonen ohne Genehmigung der Regierung sich nicht an einem Kriege beteiligen dürfen. »Konstantin, sieh nur, da ist eine Biene. Sie werden uns wahrhaftig noch ganz zerstechen,« sagte Dolly, indem sie eine Wespe wegscheuchte. »Aber das ist ja keine Biene, das ist eine Wespe,« erwiderte Lewin. »Na aber, was haben Sie da für eine wunderliche Theorie?« sagte Katawasov lächelnd zu Lewin. Er wollte ihn offenbar zu einem Streit herausfordern. »Warum sollten Privatpersonen dazu kein Recht haben?« »Meine Anschauung ist die, erstens ist der Krieg etwas so Tierisches, Grausames und Schreckliches, dass kein Mensch, geschweige denn ein Christ, es persönlich verantworten kann, einen Krieg zu beginnen. Das kann nur die dazu berufene Regierung, wenn sie sich unvermeidlich zum Kriege gedrängt sieht. Und zweitens verzichten, wie das sowohl die theoretische Wissenschaft wie auch der gesunde Menschenverstand verlangt, die Bürger in Staatsangelegenheiten und namentlich im Punkte des Krieges auf ihren persönlichen Willen. Sergej Ivanovich und Katawasov begannen gleichzeitig, die Erwiderungen, die ihnen schon auf der Zunge geschwebt hatten, vorzubringen. »Darin liegt ja eben die Schwierigkeit, liebster Freund«, sagte Katawasov, »dass Fälle vorkommen können, wo die Regierung den Willen der Bürger nicht erfüllt und dann bekundet die Bevölkerung ihren Willen.« Aber Sergej Ivanovich war mit dieser Erwiderung augenscheinlich nicht einverstanden. Er machte zu Katawasovs Worten ein finsteres Gesicht und äußerte sich in anderer Weise. »Du hast die Frage nicht richtig gestellt. Um eine Kriegserklärung handelt es sich hier überhaupt nicht, sondern einfach um den Ausdruck menschlichen, christlichen Empfindens. Man mordet unsere Brüder, die mit uns desselben Blutes sind, denselben Glauben haben. Nun setzen wir sogar den Fall, es wären nicht Stammes- und Glaubensgenossen, sondern einfach Kinder, Frauen und Kreise. Auch dann empört sich das Gefühl darüber und russische Männer eilen hin, um zur Beendigung dieser Gräuel mitzuwirken. Stelle dir vor, du gingest auf der Straße und säest, dass ein Betrunkener eine Frau oder ein Kind schlägt. »Ich meine, du würdest dann nicht erst fragen, ob diesem Menschen der Krieg erklärt ist oder nicht, sondern würdest dich auf ihn stürzen und den Misshandelten schützen.« »Aber ich würde ihn nicht töten,« versetzte Lewin. »Doch, du würdest ihn töten.« »Das weiß ich denn doch nicht. Wenn ich dergleichen sähe, so würde ich mich von meinem unmittelbaren Gefühl bestimmen lassen, aber vorhersagen lässt sich so etwas nicht. Ein derartiges, unmittelbares Gefühl ist jedoch wegen der Unterdrückung der Slawen nicht da und kann auch gar nicht da sein.« »Vielleicht nicht bei dir, aber bei anderen ist es vorhanden,« erwiderte Sergej Ivanovic und runzelte unzufrieden die Stirn. »Im Volke sind noch die Überlieferungen von den Rechtgläubigen lebendig, die unter dem Joche der grimmigen Muselmänner, wie es in den Liedern heißt, gelitten haben. »Das Volk hat von den Leiden seiner Brüder gehört und seine Stimme erhoben.« »Mag sein,« antwortete Lewin nachgiebig. »Aber ich merke es nicht. Ich gehöre doch auch zum Volke und habe diese Empfindung nicht.« »Na, und ich habe sie auch nicht,« fiel der alte Fürst ein. »Als ich im Ausland war und dort die Zeitungen las, da habe ich offen gestanden, noch vor den bulgarischen Gräueln schlechterdings nicht begreifen können, weshalb alle Russen auf einmal ihre slawischen Brüder so liebgewonnen hatten und ich für meine Person gar keine Liebe zu ihnen empfand. Ich war sehr verdrossen und glaubte, ich wäre ein Ungeheuer oder das wäre bei mir die Wirkung von Karlsbad. Aber als ich wieder hierher nach Russland kam, beruhigte ich mich. Ich sehe, dass es auch außer mir noch Leute gibt, die sich nur für Russland einsetzen und nicht auch für die slawischen Brüder. So unter anderem auch unser Konstantin hier.« »Individuelle Ansichten können hier nichts besagen,« versetzte Sergej Ivanovich. »Auf individuelle Ansichten kommt es nicht an, wenn ganz Russland das ganze Volk seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat.« »Verzeihen Sie, davon merke ich nichts. Das Volk hat von diesen Dingen keine Ahnung,« sagte der Fürst. »Aber nicht doch, Papa. Wie sollte das Volk nichts davon wissen? »Denk doch nur an den letzten Sonntag in der Kirche,« sagte Dolly, die das Gespräch mit angehört hatte. »Gib mir bitte ein Handtuch,« wandte sie sich an den alten Bienenwärter, der lächelnd die Kinder betrachtete. »Es ist ja unmöglich, dass alle...« »Nun, was ist denn am letzten Sonntag in der Kirche geschehen? Der Geistliche war angewiesen worden, etwas vorzulesen, und da hat er es denn vorgelesen. Die Leute verstanden nichts davon und seufzten, wie bei jeder Predigt,« fuhr der Fürst fort. »Dann wurde ihnen gesagt, es würde in der Kirche gesammelt werden, und es sei dem Seelenheile förderlich, etwas zu geben. Na, da holten sie jeder eine Kopie heraus und gaben sie. Aber wozu sie Geld gaben, das wussten sie selbst nicht.« »Es ist nicht möglich, dass das Volk das nicht wüsste. Das Bewusstsein seiner Mission ist alle Zeit im Volke vorhanden und wird ihm in Augenblicken wie den jetzigen besonders deutlich,« sagte Sergej Ivanovic mit Ernst und Nachdruck und sah dabei den alten Bienenwärter an. Der schöne alte Mann mit dem schwarz und grau gesprengelten Barte und dem dichten silberweißen Haupthaar stand da, ohne sich zu rühren, und blickte eine Schüssel mit Honig in der Hand haltend, freundlich und ruhig von der Höhe seines Wuchses auf die Herrschaften herab, von deren Gespräch er offenbar nichts verstand und nichts zu verstehen wünschte. »Ganz gewiss,« sagte er, bedeutsam mit dem Kopf vernickend auf Sergej Ivanovic's Worte. »Nun, dann fragt ihn doch einmal. Er weiß nichts davon und denkt nichts darüber,« sagte Lewin. »Hast du wohl vom Kriege gehört, Michailitsch?« wandte er sich an den Alten. »Ich meine, was in der Kirche vorgelesen wurde. Wie denkst du darüber? Müssen wir für die Christen in den Krieg ziehen?« »Wozu brauchen wir, darüber nachzudenken? Unser Kaiser, Aleksandr Nikolaevich, hat bisher für uns gedacht und wird auch weiter für uns in allen Dingen denken. Er versteht das besser. Soll ich noch ein bisschen Brot bringen? Vielleicht noch für das junge Herrchen?« wandte er sich an Darja Aleksandrovna und wies auf Grigori, der dabei war, den Rest seiner Brotrinde zu verzehren. »Ich brauche da nicht erst zu fragen,« sagte Sergej Ivanovich. »Hunderte und Hunderte von Menschen haben wir gesehen und sehen wir noch täglich, die alles stehen und liegen lassen, um der gerechten Sache zu dienen, die von allen Enden Russlands herbeikommen und offen und klar ihre Gedanken und ihre Absichten aussprechen. Sie bringen ihren Geldbetrag oder ziehen selbst mit und sagen frei und offen, warum sie das tun. Woher kommt das alles?« »Meiner Ansicht nach,« erwiderte Lewin, »der nun anfing, hitzig zu werden, kommt das daher, dass sich in einem Volke von 80 Millionen immer nicht nur Hunderte wie jetzt, sondern viele, viele Tausende von Menschen finden werden, die ihre soziale Stellung eingebüßt haben, Ausweglose, die immer zu allem bereit sind, in eine pugatschowische Bande einzutreten oder nach Shiva oder Serbien ins Feld zu ziehen. »Aber ich kann dir sagen, dass es sich nicht um einige Hunderte handelt und nicht um Ausweglose, sondern um die besten Vertreter des Volkes,« versetzte Sergej Ivanovich in einer Erregung, als ob er das letzte Stück seines Besitztums verteidigte. »Und die Geldspenden?« »Da liegt es doch auf der Hand, dass das ganze Volk seinen Willen bekundet.« »Volk ist ein sehr unbestimmter Begriff,« entgegnete Lewin. »Die Gemeindeschreiber, die Lehrer und von den Bauern vielleicht einer unter tausend, die mögen wissen, worum es sich handelt. Die übrigen 80 Millionen dagegen, so wie mein Michailitsch da, bekunden ihren Willen nicht. Ja, sie haben überhaupt nicht den geringsten Begriff davon, worüber sie ihren Willen bekunden sollen. Welches Recht haben wir also, zu sagen, dass das der Wille des Volkes sei?« Ende von Abschnitt 115 Gelesen von Eva K. Abschnitt 116 von Anna Karinina von Lev Nikolaevich Talstoi Übersetzt von Hermann Rühl Mit der ihm eigenen Gewandtheit im Reden leitete Sergej Ivanovic, ohne etwas auf die Behauptung des Gegners zu erwidern, sofort das Gespräch auf ein anderes Gebiet hinüber. »Ja, wenn du den Volksgeist auf arithmetischem Wege erkennen willst, so wird es dir selbstverständlich sehr schwer sein, zum Ziele zu gelangen. Eine allgemeine Abstimmung ist bei uns nicht eingeführt, und es wäre auch zwecklos, sie einzuführen, da sie den Willen des Volkes nicht zum Ausdruck bringt. Aber um diesen zu erkennen, dafür gibt es andere Wege. Das spürt man in der Luft, das fühlt man mit dem Herzen. Ich will jetzt gar nicht einmal von jenen Strömungen reden, die sich in den tieferen Schichten unseres sonst einem ruhigen, meeregleichenden Volkes in Bewegung gesetzt haben und die niemandem, der frei von Voreingenommenheit ist, entgehen können. Aber blicke auf das hin, was man im engeren Sinne die Gesellschaft nennt. Alle die so verschiedenartigen Parteien, die es in den Schichten der Gebildeten gibt und die sich früher so arg befädeten, sind jetzt in eins zusammengeflossen. Aller Hader hat aufgehört. Alle Zeitungen der gebildeten Gesellschaft sagen ein und dasselbe. Alle spüren sie die unmittelbare Gewalt, die sie erfasst hat und die sie alle in einer Richtung dahin trägt. Ja, die Zeitungen sagen alle ein und dasselbe, sagte der Fürst. Das ist schon richtig. Alle stimmen sie dasselbe Lied an, wie die Frösche vor dem Gewitter. Bei dem Lärm, den sie vollführen, ist gar nichts anderes mehr zu hören. Nun, über die Ähnlichkeit mit den Fröschen will ich nicht streiten. Ich gebe keine Zeitungen heraus und fühle mich nicht berufen, sie zu verteidigen. Aber ich rede von der Einmütigkeit der gesamten gebildeten Bevölkerung, sagte Sergej Ivanovic zu seinem Bruder gewendet. Lewin wollte etwas entgegnen, aber der alte Fürst kam ihm zuvor. Na, über diese Einmütigkeit ließe sich so manches sagen, bemerkte er. Sehen Sie, da habe ich einen Schwiegersohn, Stepan Arkadjevic, Sie kennen ihn ja. Der bekommt jetzt eine Stelle als Komiteemitglied der Kommission, na und so weiter. Ich habe es nicht im Kopf. Zu tun hat er dabei gar nichts. Ach was, Dolly, es ist ja kein Geheimnis. Aber das Gehalt beträgt 8000 Rubel. Nun, machen Sie einmal den Versuch und fragen Sie ihn, ob sein Amt irgendwelchen Nutzen bringt. Und er wird Ihnen beweisen, dass es im höchsten Grade notwendig ist. Und er ist ein wahrheitsliebender Mann, aber 8000 Rubel muss eben jeder Mensch für etwas Nützliches halten. Ja, er hat mich gebeten, Darja Aleksandrovna mitzuteilen, dass er diese Stelle erhalten hat, sagte Sergej Ivanovic missvergnügt, denn er war der Ansicht, dass das, was der Fürst gesagt hatte, gar nicht herpasste. Die selbe Sache ist es auch mit der Einmütigkeit der Zeitungen. Man hat mir das so auseinandergesetzt. Wenn es Krieg gibt, steigen Ihre Einnahmen auf das Doppelte. Wie sollten Sie da nicht der Ansicht sein, dass die Sendung des russischen Volkes und der Slaven und in diesem Stile weiter? Auch mir sind nicht wenige Zeitungen unangenehm, aber diese Unterstellung ist doch ungerecht, erwiderte Sergej Ivanovic. Ich würde nur eine einzige Forderung stellen, fuhr der Fürst fort. Alphonse Karr hat sich darüber vor dem Kriege mit Preußen in einer seiner Veröffentlichungen ganz vortrefflich geäußert. Ihr seid der Ansicht, dass der Krieg notwendig ist? Schön, diejenigen, die den Krieg predigen, sollen ein besonderes Bataillon des Vordertreffens bilden und beim Sturm, bei der Attacke allen voran sein. Die Zeitungsschreiber werden dabei einen schönen Anblick bieten, meinte Katawasov laut lachend, da er sich die Schriftleiter seiner Bekanntschaft als Krieger in diesem auserlesenen Bataillon vorstellte. Ach ja, Sie werden davonlaufen, sagte Dolly, Sie werden nur hinderlich sein. Wenn Sie zum Davonlaufen Neigung zeigen, dann soll man mit Kartätschen geladene Geschütze oder Kosaken mit Knuten hinter Ihnen aufstellen, sagte der Fürst. Das ist ein Scherz und kein guter Scherz. Nehmen Sie mir es nicht übel, Fürst, sagte Sergej Ivanovic. Ich sehe nicht ein, weshalb es ein Scherz sein sollte. Das, begann Lewin, aber sein Bruder unterbrach ihn. Jedes Mitglied der Gesellschaft hat den Beruf, die Tätigkeit auszuüben, die seinem ganzen Wesen entspricht, sagte er. Und die Männer der Feder erfüllen ihren Beruf dadurch, dass sie die Meinung des Volkes zum Ausdruck bringen. Dass die einmütige Meinung des Volkes vollständig zum Ausdruck gelangt, ist ein Verdienst der Presse und zugleich eine in hohem Grade erfreuliche Erscheinung. Vor 20 Jahren wären wir stumm geblieben, aber jetzt erschallt laut und vernehmlich die Stimme des russischen Volkes, das bereit ist, sich wie ein Mann zu erheben, bereit, sich für seine bedrängten Brüder zu opfern. Das ist ein großer Fortschritt und ein deutliches Zeichen unserer Kraft. Aber man opfert ja nicht nur etwas, sondern tötet auch die Türken, antwortete Lewin schüchtern. Das Volk opfert und opfert gern, um seine Seele zu retten, aber nicht damit gemordet werde, fügte er hinzu, indem er unwillkürlich diesen Gesprächsstoff mit den Gedanken in Verbindung setzte, die ihn so lebhaft beschäftigten. Was meinen Sie damit, um seine Seele zu retten? Seele, das ist ein Ausdruck, mit dem ein Naturforscher nichts Rechtes anzufangen weiß. Was ist denn eigentlich die Seele? sagte Katawasov lächelnd. Ach, das wissen Sie ja. Nein, wirklich, ich habe nicht den geringsten Begriff davon, erwiderte Katawasov laut lachend. Ich habe nicht den Frieden gebracht, sondern das Schwert, sagt Christus, entgegnete auch Sergei Ivanovich, indem er einfach, als wäre das die verständlichste Sache von der Welt gerade die Stelle aus dem Evangelium anführte, mit der Lewin immer am allerwenigsten hatte zurechtkommen können. Ganz gewiss, sagte der alte neben ihnen stehende Bienenwärter wieder als Antwort auf einen Blick, der sich zufällig auf ihn richtete. Nein, liebster Freund, Sie sind geschlagen, geschlagen, völlig geschlagen, rief Katawasov vergnügt. Lewin wurde ganz rot vor Ärger. Nicht darüber, dass er angeblich geschlagen war, sondern darüber, dass er sich nicht hatte beherrschen können und sich auf eine Auseinandersetzung eingelassen hatte. Nein, ich kann nicht mit Ihnen streiten, dachte er. Sie haben einen undurchdringlichen Panzer an, und ich bin nackt. Er erkannte, dass sein Bruder und Katawasov nicht zu überzeugen waren und sah noch weniger eine Möglichkeit, ihnen zuzustimmen. Was sie predigten, war derselbe Hochmut des Verstandes, der ihn selbst beinahe zugrunde gerichtet hätte. Er konnte einigen Dutzend Menschen, zu denen auch sein Bruder gehörte, nicht das Recht zuerkennen, nach dem, was ihnen ein paar Hundert nach der Hauptstadt gekommene großmäulige Freiwillige erzählt hatten, zu behaupten, dass sie und die Zeitungen den Willen und die Meinung des Volkes zum Ausdruck brächten, und zwar eine Meinung, die auf Rache und Morden abzielte. Ein solches Recht konnte er ihnen nicht zuerkennen, weil ihm aus dem Volke, in dessen Mitte er lebte, keine Äußerung dieser Meinung entgegentrat, und er diese Meinung auch in seinem eigenen Innern nicht vorfand, und er konnte sich doch für nichts anderes halten, als für einen der Menschen, die zusammen das russische Volk bildeten. Und namentlich, weil er, ebenso wie das Volk, zwar nicht wusste und nicht wissen konnte, worin das Gemeinwohl bestehe, aber so viel mehr mit aller Sicherheit wusste, dass die Erreichung dieses Gemeinwohls nur durch strenge Erfüllung jenes allen Menschen geoffenbarten Gesetzes des Guten möglich sei, und weil er aus diesem Grunde Außerstande war, einen Krieg herbeizuwünschen und andere zum Kriege aufzufordern, was auch immer dessen Ziele für die Gesamtheit sein mochten. Mit dem alten Bienenwärter Michalic und mit dem Volke, das der Überlieferung zufolge seine Meinung bei der Herbeirufung der Varega ausgesprochen hatte, sagte auch Lewin, seid unsere Fürsten und herrscht über uns. Freudig geloben wir euch völligen Gehorsam. Alle Arbeit, alle Erniedrigung, alle Opfer nehmen wir auf uns, aber richten und beschließen, das möge nicht unsere Sache sein. Und jetzt hatte nun nach Sergej Ivanovic's Behauptungen das Volk auf dieses so teuer erkaufte Recht aller Beschlussfassung überhoben zu sein verzichtet? Gern hätte er noch Folgendes gesagt. Wenn die Meinung der Bevölkerung ein unfehlbarer Richter ist, warum werden dann Revolution und Kommune nicht für ebenso gesetzlich erachtet wie die Bewegung zugunsten der slawischen Brüder? Aber all das waren Gedanken, durch die doch keine Entscheidung der Streitfrage herbeigeführt werden konnte. Eines aber erkannte er mit Sicherheit, dass sich Sergej Ivanovic in diesem Augenblicke durch den Streit in gereizter Stimmung befand und deshalb eine Fortsetzung der Auseinandersetzung bedenklich war. So schwieg Lewin denn und lenkte die Aufmerksamkeit seiner Gäste darauf hin, dass die Wolken sich zusammengezogen hatten und es wegen des zu erwartenden Regens geraten sei, nach Hause zurückzukehren. 17 Der Fürst und Sergej Ivanovic stiegen das Wägelchen und fuhren ab. Die übrige Gesellschaft wanderte zu Fuß mit beschleunigtem Schritt nach Hause. Aber die teils weiß, teils schwarz aussehende Gewitterwolke rückte so schnell heran, dass man noch schneller gehen musste, um noch vor dem Regen nach Hause zu kommen. Der Hauptwolke voranzogen kleinere, niedrig gehende Wolken, schwarz wie mit Ruß vermischter Rauch und liefen mit gewaltiger Schnelligkeit über den Himmel dahin. Bis zum Hause fehlten noch zweihundert Schritt und schon hatte sich der Wind erhoben und jeden Augenblick war ein furchtbarer Regenguss zu erwarten. Die Kinder liefen mit ängstlichem, freudigem Gekreische voraus. Daria Alexandrovna mühsam mit ihren Röcken kämpfend, die sich ihr eng um die Beine legten, ging schon nicht mehr, sondern lief und hatte dabei immer ihre Augen auf die Kinder gerichtet. Die Herren hielten ihre Hüte fest und gingen mit großen Schritten. Sie waren bereits dicht an der Haustür, als ein großer Tropfen auf den Rand der blechernen Dachrinne niederschlug und auseinander spritzte. Die Kinder und ihnen folgend die Erwachsenen liefen mit fröhlichen Scherzworten unter das schützende Dach. Wo ist Katharina Alexandrovna? fragte Lewin seine alte Wirtschafterin Agafia Mikhailovna, die ihnen im Flur mit Tüchern und Reisedecken entgegen kam. Wir dachten, sie wäre bei ihnen, antwortete sie. Und Dimitri? Dann sind sie gewiss im Hain, die Kinderfrau ist auch Lewin ergriff ein paar Decken und lief nach dem Hain. In dieser kurzen Zwischenzeit hatte sich die Gewitterwolke mit ihrem Kern schon so weit über die Sonne geschoben, dass es so dunkel geworden war wie bei einer Sonnenfinsternis. Der Wind schien eigensinnig seinen Willen durchsetzen und Lewin zurückhalten zu wollen und indem er Blätter und Blüten von den Linden abriss und in hässlicher seltsamer Weise die weißen Äste der Birken entblößte bog er alles nach einer Seite hin die Akazien Sträucher die Blumen die großen Klettenblätter das Gras und die Wipfel der Bäume ein paar Bauernmädchen die im Garten arbeiteten liefen kreischend unter das Dach des Gesinde Hauses der weiße Vorhang den der strömende Regen bildete hatte sich schon über den ganzen fernen Wald und über die Hälfte des nahegelegenen Feldes hingezogen und rückte schnell auf den Haien zu die Feuchtigkeit des in kleine Tropfen zerstorbenen Regens war bereits in der Luft zu spüren den Kopf ganz nach vorn gebeugt und gegen den Wind ankämpfend der ihm die Tücher entreißen wollte näherte sich Lewin eilends dem Haine und meinte schon hinter der Eiche etwas Weißes zu erblicken als plötzlich alles aufflammte die ganze Erde zu brennen und über seinem Kopf das Himmels Gewölbe zu bersten schien als Lewin seine geblendeten Augen wieder öffnete sah er durch den dichten Regenschleier der ihn jetzt vom Haien trennte früher als alles andere mit entsetzen dass der grüne Wipfel der ihm wohlbekannten Eiche in der Mitte des Haines seine Haltung in sonderbarer Weise verändert hatte ist wirklich der Blitz hineingefahren dachte Lewin aber in demselben Augenblicke neigte sich der Wipfel der Eiche seine Bewegung immer mehr und mehr beschleunigend verschwand hinter den anderen Bäumen und Lewin hörte das Krachen des auf die anderen Bäume niederstürzenden Baumriesen das Licht des Blitzes der Ton des Donners und das Gefühl einer seinen Körper augenblicklich überlaufenden Kälte flossen für Lewin in eine einzige Empfindung des Schreckens zusammen mein Gott mein Gott nur nicht auf sie murmelte er und obwohl er sich sofort dessen bewusst wurde wie sinnlos seine Bitte war dass sie nicht von der Eiche erschlagen werden möchten die jetzt doch schon gefallen war so wiederholte er sie doch in dem Gefühl dass er etwas was besser wäre als dieses sinnlose Gebet nicht tun könnte als er auf den Platz wo sie sich gewöhnlich aufhielten gelaufen kam fand er sie nicht dort sie waren am anderen Ende des Hains unter einer alten Linde und riefen ihn zwei Gestalten in dunklen Kleidern sie hatten vorher helle getragen standen dort und beugten sich über etwas es waren Kitty und die Kinderfrau als Lewin laufend zu ihnen gelangt war hatte der Regen bereits aufgehört und es begann wieder hell zu werden bei der Kinderfrau war die Unterkleidung trocken geblieben aber Kittys Kleidung war durch und durch nass geworden und klebte ihr überall am Leibe obgleich es nicht mehr regnete standen sie immer noch in derselben Stellung da wie beim Ausbruch des Gewitters beide beugten sich über das Wägelchen mit dem grünen Schirm Dach ihr lebt ihr seid unversehrt Gott sei Dank rief er und schlurfte mit seinen arg zugerichteten voll wasser gelaufenen Halbstiefeln durch die tiefen Lachen zu ihnen hin Kitty wendete ihm ihr rotwangiges nasses Gesicht zu und lächelte ihn unter dem Hute hervor der seine Form verändert hatte schüchtern an aber was machst du für Geschichten ich begreife nicht wie du so unvorsichtig sein kannst schallt ich kann wirklich nichts dafür wir wollten gerade nach hause gehen als er etwas verrichtete wir mussten ihm die wäsche wechseln wir wollten gerade begann Kitty sich zu rechtfertigen Dmitri war unversehrt er war vom regen nicht getroffen worden und schlief ruhig weiter nun Gott sei Dank ich weiß gar nicht was ich rede die nassen Windeln wurden zusammengesucht die Kinderfrau nahm den kleinen aus dem Lewin ging neben seiner Frau und drückte ihr damit sie ihm seine ärgerliche Auffallung verzeihen möchte von der Kinderfrau unbemerkt die Hand Ende von Abschnitt 116 gelesen von Eva K Abschnitt 117 von Anna Karinina von Lev Nikolaevich Tolstoi übersetzt von Hermann Röhl diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain 8. Teil 18 Lewin hatte zwar mit der Umwandlung die mit ihm hätte vorgehen sollen eine Enttäuschung erlebt aber diesen ganzen Tag über auch während der sehr verschiedenartigen Gespräche an denen er sich gleichsam nur mit der Außenseite seines Verstandes beteiligte empfand er trotzdem dauernd mit hoher Freude wie voll sein Herz war nach dem Regen war es zu nass als dass man hätte spazieren gehen können zudem waren immer noch Gewitterwolken am Horizont sichtbar und zogen bald hier bald dort bedrohlich durch ihre schwarze Färbung und ihr Donnern am Rand des Himmels hin die ganze Gesellschaft verbrachte den übrigen Teil des Tages im Hause Streitfragen wurden nicht mehr aufgeworfen vielmehr befanden sich alle nach dem Mittagessen in bester Laune Katawasov brachte zunächst die Damen durch jene besondere Art von Späßchen zum Lachen die immer bei der ersten Bekanntschaft mit ihm so viel Beifall fanden dann aber erzählte er auf Sergej Ivanovic Aufforderung von seinen sehr interessanten Beobachtungen über die Unterschiede im Wesen und selbst im Aussehen der Männchen und Weibchen der Stubenfliege sowie über ihre Lebensweise auch Sergej Ivanovic war sehr vergnügt und setzte beim Tee von seinem Bruder dazu angeregt seine Ansichten über die zukünftige Gestaltung der orientalischen Frage auseinander und zwar in einer so einfachen hübschen Weise dass alle ihm mit Vergnügen zuhörten nur Kitty konnte seine Darlegungen nicht bis zu Ende mit anhören da sie abgerufen wurde um den kleinen Dmitri zu baden Einige Minuten nachdem Kitty hinaus gegangen war wurde auch Lewin gebeten zu ihr ins Kinderzimmer zu kommen Bedauernd dass er im Anhören der fesselnden Darstellung unterbrochen wurde und zugleich voll Unruhe weshalb er wohl gerufen werde da dies nur aus wichtigen Ursachen zu geschehen pflegte ließ Lewin seinen Tee stehen und ging nach dem Kinderzimmer Obgleich Sergej Ivanovic Plan den er nicht bis zu Ende hatte mit anhören können als etwas ihm vollständig Neues sein größtes Interesse erregte nämlich der Plan wie das befreite 40 Millionen umfassende Slawenland mit Russland zusammen einen neuen Zeitabschnitt der Weltgeschichte beginnen sollte und obwohl er von Neugier und Unruhe erfüllt war weshalb man ihn wohl rufen möge so kamen ihm dennoch sobald er das Zimmer verlassen hatte und allein war sofort wieder die Gedanken in den Sinn mit denen er sich am Morgen beschäftigt hatte und alle diese Überlegungen über die Bedeutung des Slawentums in der Weltgeschichte erschienen ihm so nichtig im Vergleich mit dem was in seiner Seele vorging dass er dies alles augenblicklich vergaß und sich wieder in dieselbe Stimmung zurück versetzt fühlte in der er sich am Morgen dieses Tages befunden hatte er rief sich jetzt nicht wie das früher seine Gewohnheit war seinen ganzen Gedankengang ins Gedächtnis zurück dessen bedurfte er jetzt nicht er versetzte sich mit einem Schlage in jenes Gefühl hinein das ihn geleitet hatte und das mit diesen Gedanken verknüpft war und fand dass dieses Gefühl sich in seiner Seele zu noch größerer Stärke und Bestimmtheit entwickelt hatte als vorher jetzt widerfuhr ausgesonnenen Versuchen der Selbstberuhigung oft begegnet war wo er den ganzen Gedankengang wieder hatte zurückverfolgen müssen um das beruhigende Gefühl zu finden jetzt war ganz im Gegenteil das Empfinden der Freude und Beruhigung in seiner Seele lebendiger als vorher und das Denken konnte mit dem Fühlen nicht Schritt halten er ging über die Terrasse und blickte zu zwei Sternen hinauf die an dem bereits dunkel gewordenen Himmel hervortraten und auf einmal fiel ihm ein ja als ich zum Himmel hinauf sah da überlegte ich dass das Gewölbe das ich sehe keine Unwahrheit ist und dabei dachte ich irgendeinen Gedanken nicht zu Ende ich verbarg etwas vor mir selbst sagte er bei sich aber was es auch gewesen sein mag eine Widerlegung des gewonnenen Ergebnisses kann es nicht sein ich brauche nur darüber nachzudenken so wird mir alles klar werden unmittelbar vor der Tür des Kinderzimmers fiel ihm ein was das gewesen war was er vor sich selbst verborgen hatte es war die Frage gewesen wenn der Hauptbeweis für das Dasein Gottes darin besteht dass er uns offenbart hat was das Gute ist warum beschränkt sich dann diese Offenbarung allein auf die christliche Kirche welche Offenbarung haben die Religionen der Buddhisten der Mohammedaner die doch auch das Gute als Ziel des menschlichen Handelns bekennen und das Gute tun er glaubte eine Antwort auf diese Frage zu haben aber er hatte noch nicht Zeit gehabt dieser Antwort eine feste Form zu geben als er schon ins Kinderzimmer trat Kitty stand mit aufgestreiften Ärmeln an der Badewanne über das darin herum plätschernde Kind gebeugt als sie die Schritte ihres Mannes hörte wendete sie ihm ihr Gesicht zu und rief ihn durch ein Lächeln zu sich heran mit der einen Hand hielt sie unter dem Kopf den auf dem Rücken schwimmenden und mit den Beinchen strampelnden dicken kräftigen kleinen mit der anderen drückte sie die Muskeln gleichmäßig anspannend den Schwamm über ihm aus Nun sieh nur sieh nur mal sagte sie als ihr Mann zu ihr trat Agafja Mikhailovna hat recht er erkennt es handelte sich darum dass Dmitri seit dem heutigen Tage augenscheinlich und zweifellos alle die seinigen erkannte als Lewin an die Badewanne herantrat wurde ihm sofort ein Versuch vorgeführt und der Versuch gelang vollkommen die Köchin die eigens zu diesem Zwecke hereingerufen wurde beugte sich über den Kleinen er machte ein finsteres Gesicht und schüttelte verneinend mit dem Kopfe nun beugte sich Kitty über ihn da überzog ein strahlendes Lächeln sein Gesicht er stemmte sich mit den Händchen gegen den Schwamm und brachte mit den Lippen prustend einen so sonderbaren Laut der Zufriedenheit hervor dass nicht nur Kitty das Kind wurde auf einer Hand aus der Wanne gehoben mit Wasser übergossen in ein Leintuch gehüllt abgetrocknet und nach durchdringendem Schreien der Mutter übergeben nun ich freue mich dass du anfängst ihn lieb zu haben sagte Kitty zu ihrem Manne nachdem sie sich mit dem Kinde an der Brust ruhig auf ihren gewohnten Platz gesetzt hatte ich freue mich recht darüber ich fing auch schon an mich darüber zu ärgern du sagtest dass du nichts für ihn empfändest aber nein das habe ich doch nicht gesagt dass ich nichts für ihn empfände ich habe nur gesagt ich wäre enttäuscht was meinst du damit du bist von ihm enttäuscht gewesen ich bin nicht eigentlich von ihm enttäuscht gewesen sondern von meinem Gefühle von meinem Vater Gefühle hatte ich mir wartet es werde sich in ganz überraschender weise in meinem innern ein neues wohltuendes Gefühl wie eine blume erschließen und nun fühlte ich stattdessen nur Mitleid und eine Art von Widerwillen Sie hörte ihm über das Kind hinweg aufmerksam zu und steckte dabei die Ringe die sie abgelegt hatte um Dimitri zu baden wieder an die schlanken Finger und die Hauptsache war fuhr Lewin fort dass ich weit mehr Angst und Mitleid empfand als Vergnügen aber heute nach dieser Angst bei dem Gewitter da habe ich gemerkt wie lieb ich ihn habe Über Kittys Gesicht breitete sich ein strahlendes Lächeln aus bist du sehr erschrocken gewesen fragte sie ich auch aber jetzt wo es vorbei ist erscheint es mir noch furchtbarer ich will morgen hingehen und mir die Eiche ansehen und was für ein liebenswürdiger Mensch Katawasov ist und überhaupt hat der ganze Tag einen so angenehmen Verlauf gehabt und du verträgst dich so nett mit Sergei Ivanovich nun dann geh nur wieder zu ihnen nach dem baden ist es hier immer heiß und ein feuchter dunst 19 sobald Lewin das Kinderzimmer verlassen hatte und allein war kam ihm sofort wieder jener Gedanke in den Sinn der noch eine gewisse Unklarheit enthielt statt in das Wohnzimmer zu gehen aus dem die Stimmen zu ihm herüber tönten blieb er auf der Terrasse stehen und stützt den Himmel es war schon ganz dunkel geworden und der Süden wohin er blickte war frei von Gewitter Wolken sie standen nur noch auf der entgegengesetzten Seite von dort her leuchteten Blitze auf und ertönte ferner Donner Lewin horchte auf die Tropfen die gleichmäßig von den Linden im Garten herab fielen und betrachtete das ihm wohl bekannte Sternendreieck und die mitten hindurch ziehende Milchstraße mit ihren Verzweigungen bei jedem Aufflammen eines Blitzes verschwanden nicht nur die Milchstraße sondern auch die hellen Sterne aber sobald der Blitz erlosch leuchteten sie wieder wie von einer treffsicheren Hand dorthin geworfen an denselben Stellen auf was macht mir denn noch Schwierigkeit fragte sich Lewin und fühlte im Voraus dass die Lösung seiner Zweifel obgleich sie ihm noch nicht bekannt war doch schon in seiner Seele bereit lag ja das einzige wodurch die Gottheit in deutlicher zweifelsfreier Form in Erscheinung getreten ist das sind die Gesetze des Guten die der Welt durch Offenbarung kundgegeben sind und die ich in mir fühle und durch deren Anerkennung ich auch wenn ich diese Vereinigung nicht ausdrücklich selbst vollziehe doch ob ich will oder nicht mit anderen Menschen zu einer Gemeinschaft von Gläubigen vereinigt bin die man Kirche nennt nun und die Juden die Mohammedaner die Anhänger des Konfuzi die Buddhisten was sind denn die fragte er sich das war jene Frage die ihm so gefährlich erschienen war bleiben diese hunderte von Millionen Menschen wirklich jenes höchsten Gutes unteilhaftig ohne dass das Leben keinen Wert hat er wurde nachdenklich wies sich aber alsbald zurecht aber wonach frage ich da sagte er zu sich selbst ich frage in welcher Beziehung alle die verschiedenartigen Religionen der Menschheit zur Gottheit stehen ich frage danach was die gemeinsame Form sei in der Gott für die ganze Welt samt allen diesen Nebelflecken in Erscheinung tritt was tue ich denn mir persönlich meiner Seele ist in unzweifelhafter Weise eine Kenntnis offenbart worden die durch den Verstand nicht erreichbar ist und da will ich hartnäckig diese Kenntnis durch den Verstand und durch Worte ausdrücken ich weiß ja dass die Sterne nicht einher wandeln sagte er zu sich selbst und blickte zu einem hellen Stern hinauf der bereits seine Stellung bei dem höchsten kleinen Zweige einer Birke verändert hatte und doch kann ich wenn ich die Bewegung der Sterne betrachte mir nicht vorstellen dass es die Erde ist die sich dreht und ich habe recht wenn ich sage dass die Sterne einher wandeln und hätten etwa die Astronomen irgendetwas verstehen und berechnen können wenn sie alle die schwierigen verschiedenartigen Bewegungen der Erde mit berücksichtigt hätten alle ihre staunenswerten Folgerungen über die Entfernungen das Gewicht die Bewegungen und Abirrungen der Himmelskörper gründen sich nur auf die scheinbare Bewegung der Gestirne um die unbewegliche Erde auf eben die Bewegung die ich jetzt vor mir habe und die so vielen Millionen von Menschen die Jahrhunderte hindurch ebenso erschienen ist die immer die gleiche wahr und sein wird und immer überprüft werden kann und wie die Folgerungen der Astronomen unzuverlässig und nichtig wären wenn sie sich nicht auf die Beobachtung des scheinbaren Himmels mit der Festsetzung eines einzigen Meridians und eines einzigen Horizontes gründeten so würden auch meine Folgerungen unzuverlässig und nichtig sein wenn sie sich nicht auf jenen Begriff des Guten gründeten der für alle immer der gleiche war und sein wird und der mir durch das Christentum offenbart ist und immer in meiner Seele nachgeprüft werden kann die Frage aber nach den anderen Religionen und ihren Beziehungen zur Gottheit zu entscheiden dazu habe ich kein Recht und keine Möglichkeit ach du bist noch nicht hineingegangen hörte er auf einmal Kitty sagen die auf dem selben Wege nach dem Wohnzimmer ging was ist hier du bist doch nicht verstimmt fragte sie und blickte ihm beim Licht der Sterne forschend ins Gesicht aber sie hätte sein Gesicht doch nicht deutlich erkennen können wenn es nicht wieder von einem Blitz der die Sterne verschwinden ließ beleuchtet worden wäre beim Licht des Blitzes erblickte sie deutlich sein ganzes Gesicht und als sie sah dass er ruhig und froh war lächelte sie ihm zu sie versteht mich dachte er sie weiß woran ich denke soll ich ihr alles sagen oder nicht ja ich will es ihr sagen aber in demselben Augenblick wo er anfangen wollte zu sprechen begann sie gleichfalls zu reden was ich noch sagen wollte Konstantin tu mir doch den gefallen sagte sie geh in das Eckzimmer und sieh zu ob auch alles für Sergej Ivanović in Ordnung gebracht ist für mich schickt sich das nicht recht ob auch der neue Waschtisch hineingestellt ist schön ich werde hingehen du kannst dich darauf verlassen antwortete Levin indem er sich aufrichtete und küsste sie nein ich will es ihr doch lieber nicht sagen dachte er während sie vor ihm her ging das ist ein Geheimnis das nur mich allein angeht nur für mich allein wichtig ist und sich mit Worten nicht ausdrücken lässt dieses neue Gefühl hat mich nicht plötzlich umgewandelt beseligt erleuchtet wie ich das in meinen Träumereien erhofft hatte es ist damit gerade so gegangen wie mit meinem Gefühle für meinen Sohn es ist auch nicht wie eine Überraschung über mich gekommen sondern dieses Gefühl ob man es nun glauben nennen will oder nicht ich weiß nicht was es eigentlich ist dieses Gefühl ist ebenso unmerklich wie jenes unter Leiden in meine Seele eingezogen und hat dort seinen festen dauernden Wohnsitz genommen ich werde mich auch in Zukunft ebenso wie bisher über den Kutscher Ivan ärgern ich werde mich ebenso streiten und zur Unzeit meine Gedanken aussprechen es wird ebenso eine Scheidewand zwischen dem Allerheiligsten meiner Seele und anderen Menschen selbst meiner Frau bestehen bleiben ich werde ihr ebenso für meine eigene Angst Vorwürfe machen und dies dann bereuen ich werde ebenso wenig mit dem Verstand begreifen warum ich bete und werde trotzdem beten aber mein Leben mein ganzes Leben wie auch immer es sich äußerlich gestalten mag jeder Augenblick meines Lebens wird jetzt nicht zwecklos sein wie bisher sondern zu seinem alleinigen bestimmten Zweck das Gute haben denn das liegt jetzt in meiner Macht meinem Leben die Richtung auf das Gute zu geben Ende von Abschnitt 117 Ende des achten Teils Ende von Anna Karinina von Lev Nikolaevich Tolstoi Übersetzt von Hermann Röhl Gelesen von Eva K.